So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Ich warne gleich vor, wenn ich hier in dieser Folge oder vielleicht auch in der nächsten, je nachdem wie lange ich jetzt aufnehme, mal kurz nichts sage, bin ich eingeschlafen. Es ist ein bisschen spät mal wieder, aber ich dachte, vielleicht kann ich jetzt eine Zeit lang doch noch kurz aufnehmen, weil ich würde gerne schon hier ein bisschen weiterspielen. Ich bin recht neugierig, was es mit dem Windtempel alles so auf sich hat und ja, da sind wir jedenfalls in diesem Windtempel. Unser Kälteschutz macht gleich einen Abflug, das ist nicht so gut. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wo ich herkomme, aber ich glaube, hier waren wir... Ja, ich weiß leider nicht, wo ich herkomme. Das habe ich jetzt verdrängt. Aber wir können ja mal hier nach hinten laufen. Aber da ist jetzt, ja, das ist jetzt halt die Frage, ist da was oder ist da nix? Wir können ja mal auf die Karte gucken. Achso, das ist einfach nur U1. Also hier scheint nichts weiter zu sein. Und die Dinger, ja, okay, okay, die Dinger sind in U1. Ja, I see, I see. Okay. Ah, das ist der Schrein weiter unten, okay. Aber wir können ja mal... Ja, okay, das ist U1. Also wenn ich dann hier runtergehe, dann komme ich dann ja da hin. Oder kam ich jetzt von hier? Das weiß ich halt gerade nicht. Ne, das sieht aus, als ob ich hier gewesen bin. Scheiße. Dann bin ich hier wahrscheinlich... Ach, dann bin ich hier die Decke hoch. Ja, okay, alles klar. Ich bin hier die Decke hoch und da haben wir dann... Dann, ähm... Aufgehört. Jetzt ergibt alles Sinn. Okay, dann kann ich mal hier vorne aufhören. Dann war ich da unten, theoretisch. Dann klettern wir halt mal ein bisschen höher. Vielleicht kommt es ja irgendwas. Ne, da oben wird es eisig. Ne, da ist jetzt auch nichts Spannendes versteckt. Ähm... Fälteschutz. Acht Minuten 40. Das klingt doch gut. Rein da. So. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter... ...versteckt oder so. Irgendeine Truhe oder irgendwas. Ach, ne. Ne, 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 ne. Wirkt nicht so. Okay, ich geh mal hier runter. Kann mal gucken, ob ich hier irgendwo in den Eingang reinkomme. Aber auch das sieht eher sehr... ...sehr geschlossen aus. Ja, geschlossene Gesellschaft. Ne. Das wird nix. Ähm... Gehen wir mal hier hoch. Ob da vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Kann ja am Ende auch nur eine unnötige Truhe sein oder sowas. Cox werde ich jetzt wohl eher nicht finden. Ne, okay. Gut. Dann gehen wir wieder rein. Dann geht es wohl eher innen drin weiter. Weil letztendlich kann man es ja so spielen, wie man es möchte. Also es gibt ja keine offizielle Vorgabe, wie man das jetzt alles abzulaufen hat. Von daher kann man sich einfach mal umgucken. Kann ich hier durch das Gitter irgendwas sehen? Was ich nicht glaube, ist, dass man... Was denn? Was ich nicht glaube, ist, dass man hier irgendwie auf die einzelnen Boote nochmal runter muss. Das fände ich doch schon sehr komisch. Ach, hier ist ein Schleim. Nein, wieso habe ich denn die Waffe ausgerüstet? Das ist nicht, was ich wollte. Das ist eine Waffe mit der ich kann. Oh, er erledigt das selber. Finde ich gut. Finde ich gut. Wo ist das Viech hin? So, wir haben einen Abflug. Habe ich euch schon mal fotografiert? Irgendwas gibt es da was zum Fotografieren? Ja, aber war das schon. Okay. Guck mal, wir können auch mal hier ganz aufs Dach hoch. Vielleicht gibt es hier ja auch irgendwas zu holen. Die Frage wäre zum Beispiel, kann ich die Dinger bewegen? Ich kann die Dinger bewegen. Siehste? War schon sinnvoll hier hoch zu gehen. Dann komme ich hier nämlich jetzt wahrscheinlich bis in das U1 runter und kann da das Siegel auslösen. Ja, sehr gut. Wieder ein bisschen Mission Impossible hier. So. Und hier ist mein Siegel. Perfekt. Also das Siegel halt nicht, aber wir wissen doch schon Bescheid. Macht mal an, Kollege. Sehr gut. Haben wir eins gefunden. Wunderbar. So muss das. Ja, aber das sehe ich auch so. So, die Frage ist, ist hier unten noch irgendein... Da ist eine Truhe auf jeden Fall. Die gönnen wir uns auch mal. Alpha Krieger Breitschwert. Ähm, gut, es ist selber schon verstärkt worden. Ja, die... Ja, eigentlich gibt's grad... Ja, das können wir ersetzen. Das können wir ersetzen. Das können wir ersetzen. Ähm, aber ansonsten... Ja. Mehr war ich jetzt nicht, ne? Ne, alles cool. Okay. Ah, ich komme nicht... So, so komme ich raus. Okay. Ja, das war dann ganz nett. Der Einsturz hier. Äh... Oh. Das hier ist auch um Untergeschoss. Ah, da komme ich von der Seite rein, wahrscheinlich. Okay. Da komme ich von der Seite aus rein. Wie es aussieht. Das ist in U2. Das ist noch weiter unten. Das wäre sogar EG. Da komme ich jetzt so hin. Na, dann versuchen wir das doch mal. Dann können wir jetzt doch mal von hier aus... ...bis darüber fliehen. Spricht doch nichts dagegen. Das ist so irgendeine Kanone. Und die interessiert jetzt nicht wenig. Muss ich da rein? Oh, vielleicht muss ich da rein. Probieren wir mal da rein zu kommen. Ah, nee, das hier... Wirkt jetzt eher weniger, als ob ich da rein wollen würde. Nein, okay, ich will da nicht rein. Okay, ich will da nicht rein. Ist in Ordnung. Das ist eher nur Luftverteidigung. Gut, aber hier können wir rein. Hier ist sogar warm. Ich weiß nicht, dass ich die Kisten gleich noch brauche. Ich mache die vielleicht mal lieber nicht kaputt. Aha. Wir haben ja zum Glück was Schönes. Da ist so ein Schalter dahinter, na? Ach, ne Truhe. Ups. Beta... Ne Lanze. Okay, Lanze ist auch cool. Äh... Ja, komm, dann schmeiß man halt das Ding weg. So. Aber ich komme hier nicht... Ich komme hier nicht rein, na? Von hier zumindest nicht. Ne, das... Oh, warte, ich kann das Ding bewegen. Oder was? Aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Das erscheint mir jetzt eher nicht so... Nicht so hilfreich. Okay, vielleicht gibt es einen... Aber einen anderen Weg hier reinzukommen, sehe ich jetzt halt auch nicht spontan. Na gut, wir gehen mal außenrum. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg da rein. Ist ja alles denkbar. So. Sehr schön. Schön viel Stuff. Aber mir scheint, da gibt es keinen anderen Weg nach innen. Gut, vielleicht komme ich da zum Schluss auch wieder raus. Das kann natürlich auch sein. Ja, da gibt es erstmal keinen anderen Weg nach innen. Okay, wir versuchen mal einen seitlichen in den Eingang zu finden. Ja, hier zum Beispiel. Ach, das ist auch so ein scheiß Gitter. Ja, Winterblu 1 ist cool, aber ich komme nicht rein. Nützt mir jetzt nicht so viel. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Boot nutzen, um wieder hochzukommen. Ja, neuer Versuch, das Boot zu nutzen, um wieder hochzukommen. Oh, man kann aber auch hier auf den Dingern rumlaufen. Das ist auch interessant. Und da wurde ich von einer Kanone abgeschossen. Okay. Ah, die Kanone. Ja, okay. 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 Ja, die Dinger schießen auf einen, das ist nicht so cool. So, jetzt kann ich hier nach oben. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. So, jetzt kann ich hier nach oben. Und kann dann hier einmal den hier nutzen. Und da sehe ich doch was. Da sehe ich doch eine Möglichkeit, voranzukommen. Sehr schön. Ja, aber hier ist unser, unser Dings. Muss ich warten, bis er wieder aufgeladen ist. Aber hier ist unser Dings. Unser nächstes, äh, Siegel. Also, ich nenne es jetzt halt Siegel. Es sind keine Siegel, aber es ist elke. Let's go. Nummer drei. Drei erledigt. Ja, zwei bleiben. Wir wissen es. So. Okay. Ähm. Mir scheint aber, das war auch wieder alles hier. Ne, wobei, ich kann darüber. Ich kann darüber. Ich bin bereit. No! Ah, jetzt komme ich hier in U1. Ah, sehr gut. Das ist ja im Endeffekt genau, was wir wollen. Ah, toll. Das ist ja im Endeffekt genau, was wir wollen. Okay. 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 Und solange ich hier drin bin, muss ich auch nichts an Kältekramen mehr besorgen. Auch alles gut. So muss das sein. So. Okay. Okay. Dann gehen wir einmal hier durch. Das war nicht ganz, was ich wollte, aber zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. So. Jawoll. Das würde mich nur interessieren. Ähm. Aber das ist einfach nur Abgrund, ne? Ja, okay, das ist einfach nur Abgrund. Gut. Wollte ich nur kurz getestet haben. Ach, guck mal, er ist gar nicht mitgekommen. Er war so, nee, mach du mal. Okay. So, wir brauchen wieder Feuer. Ah, nee, ich... Oh, ja, ist sehr gut. Praktisch. Sehr praktisch. Da muss ich mich da nicht drum stressen. Ist da ein Gegner drin? Ich glaube, da ist ein Gegner drin. Nein. Oh, okay. Zeitbombe, Reiskochtopf, da waren solche Dinger drin. Die ich nicht nutze, aber hey. Okay. So weit, so gut. Das sieht doch soweit alles ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Rein von unserem Fortschritt her, ne? Da ist jetzt der Schalter. Der, das Gitter hier eröffnet? Okay. Das ist dann aber nur eine Abkürzung. Theoretisch waren wir da ja schon. Das war genau das, wo wir vorhin gestanden haben, ne? Ja. Okay, theoretisch waren wir da also schon. Wow. Das war nicht, was ich wollte, aber ist okay. Habe ich ihn erwischt? Ja, nice. So, ich sollte aber mich mal heilen, ne? Wäre vielleicht... Wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Okay, hier kann ich hoch. Ich will nur kurz gucken, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Ah, die Dinger kann ich nämlich bewegen. Aber da ist nix drunter. Oh, Fässer. Okay, warte mal. Ähm. Ich würde gerne mal... Ja, ich hab drei, drei Dinger. Okay. Ich kann die alle mal synthetisieren mit, 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 mit solchen Fässern. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Nicht so. Yes. Ich glaube, das ist ganz praktisch, wenn man so ein Fass hat als Schild. Weiß es nicht. Ähm. Sehr gut. Und die kommen auch wieder, als ob man die bräuchte. Das ist jetzt auch interessant. Ha. Warum kann ich die alle bewegen? Ne. Werden die irgendwie wichtig? Und vor allem, warum sind die... Warum sind die Fässer wieder gekommen? Brauche ich die für irgendwas? Ah, wir werden es vielleicht rausfinden. Vielleicht auch nicht. Jetzt gehen wir erstmal nach oben. Das scheint ja zu funktionieren. Okay. Ne, das sind einfach Brocken, die hier rumliegen. Na gut. Ist in Ordnung. Okay. Sehr schön. So, ich heile mich jetzt mal kurz. Mir wird es ein bisschen zu ungeheuerlich hier. Ähm. Äh. Heilen. Heilen. Essen. Hier genau. So. Was könnten wir denn mal schnell schnabulieren? Grille-Teller ist optimal. Wunderbar. So. Da ist eine Truhe. Die kann ich sogar auch bewegen. Die andere konnte ich nicht bewegen. Auch interessant. Ja, ja, ja. Weil es kriege ich hier ständig für Waffen. Äh. Ja, komm. Was will ich mit einem Eiszei... Hä, wann habe ich das denn bekommen? Weiß ich gar nicht. Ähm. Ja, komm. Tausch mal es mit dir aus. Gibt's ja was zum Fotografieren eigentlich. Ne, weil es nur normaler Zweihänder ist, ne? Und von mir gibt's aktuell auch nichts Neues zum Fotografieren. Richtig? Ne, haben wir alles gemacht. Okay. Da ist irgendwas. Ah. Okay. Ich nehme an, ich kann es irgendwie drehen oder so. Wir werden es gleich feststellen. Oder ich muss Wind machen. Ich kann es auslösen, aber irgendwie auch nicht. Okay, ich mache mal Wind. Okay, das macht gar nichts. Also er löst sich grundsätzlich aus, aber nicht so, dass er reagiert. Muss ich da irgendwas ranhängen? Like. So als Griff oder so? Keine Ahnung. Gut, jetzt kann ich's bewegen. Ah. Jetzt habe ich das aufgemacht. Jetzt ist wieder zu. Hey, das geht mal kurz auf und dann nicht mehr, wat? Okay, pass auf. Keine Ahnung, ob das so gedacht war, aber es hat funktioniert. Jetzt will ich wissen, ob mein Schild funktioniert. Das könnte jetzt wehtun, wenn ich Pech habe. Ich probiere es aber mal aus. Chillig. Also so grundsätzlich hat es gut funktioniert, aber habe ich jetzt das Schild noch? Ja, also das Schild ist nicht dadurch wirklich zu Schaden gekommen. Oh cool, Nummer 4. Let's go. Let's go. Jawohl, so ist es. Einer fehlt noch. Und jetzt komme ich hier oben raus, wo ich vorhin... Ja, okay, jetzt komme ich hier raus. Okay, wo ist jetzt der, der mir noch fehlt? Ah, hier unten. Ah, da, okay, da muss ich jetzt von der anderen Seite rein. Wir haben jetzt alles von der Seite gemacht. So, und jetzt muss ich noch von der anderen Seite rein. Okay. Dann brauche ich aber jetzt kurz mal wieder... äh... Gefrierkrams-Essen-Zeug. Da sollte ja noch ein bisschen was über sein. Haben wir irgendwo noch... Es muss ja nur kurz halten. Äh... Antirutsch-Medizin. Das hier ist halt gleich mit Heilung. Aber ist auch 8 Minuten 30. Ja, ich muss wahrscheinlich den nehmen. Ja, ich habe leider keine normale Medizin. Ich muss den nehmen. Na gut. So, also dann muss ich hier rüber noch. Und dann ist irgendwo hier jetzt noch ein Eingang. Weiter unten. Ah, hier. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das hat nicht funktioniert. Wie ich das wollte. Aber ich habe den Eingang gefunden. Aber dann kann ich mich doch da auch erstmal hinstellen. So ist doch... Ja, ich kann jetzt direkt auch rein jetzt fliegen. Easy. Okay. Okay, irgendeine Wache ist zerbrochen. Nicht weiter schlimm. Wir haben ja drei Millionen Stück. So. Hier ist eine Truhe. Aber die ist zu weit weg, ne? Ja, die komme ich so nicht ran. Aber da ist halt so ein Griff zum Durchgreifen. Aber ich komme an die Truhe so nicht ran. Die ist zu weit. Okay, ich probiere mal es aus. Hä, ich habe die doch verknüpft. Ah, die lösen sich gleich wieder. Warum das denn? Ah, weil es wegen Eis ist es wahrscheinlich... Okay, ja, 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 ja. Easy. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Also, we talk. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. So. Okay. Wenn ich jetzt nämlich das komplette Ding hier nehme... Und das jetzt bis zur Truhe bewege. Ja! Dann kann ich die Truhe verbinden. Und dann kann ich es mit der Truhe zurückholen. Oh mein Gott, ist das stark. Oh mein Gott, ist das stark. Saphir. Cool. Schönes kleines Mini-Rätsel für zu spüren. Was? Hä? Wo kamen wir jetzt? Hä? Okay. Keine Ahnung, wo der Schaden herkam. Okay. Ist das so anders? Ja. Okay. Da war oben nichts weiter, was ich machen konnte. Da einfach nur rüber. So. Tschüss. Oh, doch nicht. Tschüss. So. Okay. Da ist ich dann Dings zum Aufmachen. Hebel. Zack. Sehr schön. Okay. Aber hier auch jetzt nichts tun, technisch sowas wichtig wäre. Gut. Da müssen wir... Ah, einfach nur verbinden wahrscheinlich. Einfach nur verbinden wahrscheinlich. Okay. Ich dachte, ich kann die vielleicht bewegen. Vielleicht kann ich die bewegen. Nee. Dann muss ich das wahrscheinlich verbinden. Okay. Ich muss das verknüpfen. Mit Eiszapfen wahrscheinlich einfach, oder? I mean, why not? Oh, das hat doch gut funktioniert. Und da ist der letzte. Wir haben's. Wir haben alle. Wir haben alle geöffnet. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit öffnet sich jetzt hoffentlich das Schild dann in der Mitte. Jawohl. Jawohl. Brüll mich nicht an. Gut. Das bedeutet aber für uns, wir schauen uns natürlich im nächsten Part an, was da kommt. Ich gehe davon aus, der erste Boss. Ich bin gespannt, wie oft ich gegen ihn sterben werde. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.